Hallihallo, eine weitere Episode meines Vulkan-Tutorials. In dieser Episode werden wir uns die VK-Shader-Module-Create-Info anschauen, denn hier haben wir momentan nur den Shader-Code. Daraus müssen wir jetzt aber noch ein Shader-Modul bauen, welches dann wirklich was mit Vulkan auch zu tun hat. Das hier ist ja letztendlich nichts anderes als ein Char-Array. Damit können wir bei Vulkan noch nicht direkt was anfangen, sondern wir müssen das erst in ein Shader-Modul umwandeln. Und um ein Shader-Modul zu kreieren, brauchen wir mal wieder also eine Create-Info. Und das ist dann hier wie gesagt die VK-Shader-Module-Create-Info. Und dann nenne ich jetzt zum Beispiel mal Shader-Create-Info. Ich spoiler schon mal, denn in der nächsten Episode werde ich das Ganze hier nochmal umstellen. Hier in der Episode gucken wir jetzt aber einfach nur mal dieses Shader-Module-Create-Info an. Gehen wir da mal rein. Was ist da drin? Naja, diese Sachen kopieren wir die raus, wie immer. Ups, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Und dann machen wir hier Shader-Create-Info. So, der Sinn von dem S-Type ist immer der gleiche. Hier müssen wir dann stellen auf VK-Structure-Type-Shader-Module-Create-Info. So. P-Next mal wieder auf Null-Pointer, außer wir hätten eine Extension, aber haben wir hier nicht. Flex mal wieder für Future-Use, also deswegen hier jetzt einfach mal auf Null stellen. So, und jetzt kommen wir zu den beiden interessanten Attributen von diesem Struct. Und zwar einmal die Code-Size und der P-Code. Die Code-Size ist die Größe von unserem Shader-Code, den wir hier oben haben, in Byte. Das heißt also einfach nur die Länge von diesem Char-Array hier oben. Das ist noch sehr, sehr verständlich, sehr, sehr einfach. Also mit anderen Worten ist das dann hier Shader-Code-Wort zum Beispiel. Und da wird dann auch, denke ich, klar, Punkt-Size. Und da wird dann auch direkt klar, dass ich das in der nächsten Episode umstellen werde. Denn wir machen da eine eigene Funktion für das Ganze. Sonst müssten wir das Ganze hier copy-pastieren und das ist natürlich nicht schön. Dann kommen wir zu dem P-Code. Und P-Code ist dann der eigentliche Code von dem, was wir hier oben haben. Und da könnte man meinen, dass das jetzt auch einfach ist. Aber der Compiler wird gleich meckern. Sagen wir einfach mal, das ist gleich Shader-Code-Wort. Und wir brauchen dann einen Pointer auf den Code. Das ist dann Punkt Data. Und dieser Data-Pointer, der bleibt so lange valide, bis wir mit dem Vektor irgendwie was machen, dass wir den vergrößern oder so. Dann wird er invalide. So, und hier haben wir jetzt hier ein Problem. Da sagt er, das geht so nicht. Warum geht das so nicht? Gucken wir mal da hier rein. Denn dieser Pointer-P-Code ist ein Uint32T, das heißt also ein Unsigned Int der Länge 32 Bit und davon ein Pointer. Warum ist das so? Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Wir haben ja jetzt gerade ein Char-Array, also ein Char-Pointer. Warum will der jetzt ein Uint32T? Naja, das liegt an der Sprache Spir V oder Spir V. Die ist so definiert, dass jeweils die einzelnen Instruktionen immer 32 Bit lang sind. Und deswegen können wir jetzt problemlos von dem ursprünglichen Char-Pointer auf das Uint32T casten. Das geht aber nur in diesem speziellen Fall, weil eben das Spir V uns versichert, dass die Größe der einzelnen Files immer ein Vielfaches von 4 sind. Bei anderen Sachen, Vorsicht, wenn ihr irgendwas anderes hättet in C++ oder so, dürftet ihr das jetzt nicht machen. Das darf ich nur machen, was ich jetzt mache, wegen der Versicherung von Spir V. Dass die uns zusichern, das ist ein Vielfaches von 4. Und da könnten wir jetzt den klassischen C-Style cast machen, was bei Pointern auch, zumindest bei primitiven Datentypen von Pointern, problemlos möglich ist. Oder wir benutzen den C++. Die C++-Version, das wäre dann der Reinterpreted cast. Aber der ist ein bisschen verbos. Ja, okay. Vulkan ist schon selber verbos. Deswegen benutze ich jetzt hier den C-Style cast. Das ist dann ein Uint32T. Und natürlich, Achtung, das ist ein Pointer. Und damit sind wir dann fertig. Dann haben wir hier dieses VK Shader Module Create Info hier initialisiert und könnten daraus dann ein Shader Module kreieren. Aber natürlich nach wie vor, wir bräuchten das hier für beide nochmal. Deswegen stellen wir es in der nächsten Episode um. Gut.